Das ist der Vorteil, wenn man im Auto sitzt und das Auto schon steht. Tiere nehmen einen nicht so wahr, weil sie stehende Autos nicht als Gefahr erkennen. Ich kann hier sogar gedämmt vor mich hinquasseln. Dann sehen wir, wie der Hase ganz in Ruhe auf uns zukommt. Das ist doch auch für all die Freunde was schönes, die sich sonst für diese kleinen Naturvideos nicht so interessieren. Schade, hätte er noch ein Stückchen weiter kommen können. Naja, so ein kleines Bild von einem Hasen bei seinem Morgenspaziergang. Kommt er noch zurück? Sieht nicht so aus.